In seiner Sommerpause trainiert Roman Josi nicht nur auf dem Eis, sondern auch vorm Computer. Ich spiele eigentlich viel. NHL, FIFA und Sportspiele spiele ich sehr gerne. Ich spiele auch dann viel, wenn wir Zeit haben. Ich spiele auch gerne an. Ich spiele auch gerne Gamer. Und im Game muss er auch nicht immer er selbst sein. Ich spiele auch gerne mit allen Teams. Ich wechsle gerne. Da könnte ja auch mal am Abend vor einem echten Match das Spiel am Computer vorgespielt werden. Am Abend vorher tun wir sowieso nicht so viel Gamer. Von dem her würde ich die anderen schlecht einstellen, dass wir hoch gewinnen. Auf dem echten Eis kann er sich seine Konkurrenten nicht zurechtbiegen. Damit er auch in der kommenden Saison seine gute Position im Team behalten kann, wird er im Sommer hart trainieren. Doch ein bisschen Zeit zum Gamen bleibt auch. Ich bin ganz gut. Du bist wieder. Untertitelung des ZDF, 2020